Yo Leute, willkommen wieder zu Star Wars Empower, wir machen jetzt weiter. Erstpart haben wir schon Traumschlag über Kausern gemacht und die Kausern möchte ich jetzt auch endlich gerne einnehmen, um den Rebellen ihre Credits halt niederzumachen. Damit sie sich nicht mal an Down-Weiß-Counts kaufen können. Gut, da sollte ja eh nicht viel sein, Turbolaser-Türme nur. Oh, scheiße. Also, ich hab eine Flagg drin, V-Wings auch noch. Kausern, das erste Mal diese riesige Karte, die sieht auf jeden Fall riesig aus. Ah, bin ich mal gespannt. Neues ist es geht. Hier ist der Senat, glaube ich, ne, das Senat-Horen-Gebäude. Soll das da sein, darstellen. Also ich bin ehrlich, ich fand Kausern im Clone Wars Mods eigentlich viel geiler aus. Das sieht irgendwie, naja gut. Gut, da er viele V-Wings hier hat, hol ich mir halt erstmal Flux runter. Okay, hier können wir nur mit Infanteristen, ne, hier ist Sackgasse, alles klar. Alles klar, alles klar, Sackgasse. Das heißt, wir können eigentlich nur hier lang. Die Menschen haben sich mit den... Achso, gegen uns gewarnt. Was die sehen ist für die Republik? Glaube ich aber nicht. Ich glaube eher, die sind ganz zum Imperium, obwohl... Das Imperium ist ja schon lange vernichtet. Aber zumal ist das Imperium, was die kennen. Hier sind nirgends so Bauplätze. Da ist auf jeden Fall dieser scheiß V-Wing schon mal. Ihr habt die Flux als erstes rausgezogen und die kommen als letztes an, ne? Du willst mir sagen, die haben nicht alle... Wollte schon sagen, dass die die nicht kalt kriegen. Aber die können auch anscheinend die aufschließen, das finde ich gut. Ich denke, wir warten mal einen Augenblick. Ne, die gönnen zum Imperium, tatsächlich. Cool. Jetzt habe ich das gerade gesehen, weil die blau sind. Blau ist Imperiumsfarbe. Ich denke mal, ich warte mal kurz einen Augenblick. Bis alle Fahrzeuge ankommen. Also bis alle von diesen scheiß V-Wings da sind. Das ist keine schlechte Idee. Achso, genau. Ich wollte eigentlich gerade sagen, kann ich die dann nicht... Wenn ich die mit 1 markiere, auch mit den 1 rechts auf der Tastatur bedienen. Aber ne, da kommt ja teilweise gesabbel, was keinen interessiert. Ich würde schon sagen, die werden doch wohl einmal treffen können, ne? Okay, der Bunker steht ziemlich gut. Zumindest treffe ich den nicht so leicht. Aber ich stelle mich jetzt mal so hin. Jetzt müsst ihr bei dem Bunker treffen. Doch, die treffen ihn. Alles klar, gut. Dann warten wir mal ganz kurz, bis der Bunker hier ausgeschaltet ist. Alles klar. Dann einmal vorrücken, bitte. Und hier sammeln. Das ist aber echt ein... Na gut, Kostner ist eine Stadt. Das ist aber echt ziemlich eng hier, ne? Okay, hier geht's noch, aber sonst... Naja. Ihr dürft auch mal hinterherkommen. Also das Bombardement hier dauert echt lange, bis mal die Dinger fertig sind, ne? Oder es kommt mir einfach nur so lange vor. Guck mal denn... Hä, wo ist denn die Landezone hier? Ach, da. Jetzt ist die Frage, wo diese ganzen scheiße Minen sitzen, ne? Komm mal hier ran, ihr Flakpanzer. Aber hier kann man auch nirgends gucken, wo es hier weiter geht. Achso, die haben jetzt die Menschen ausgerottet, oder was? Ja, komm, wir sammeln uns mal hier hinten. Ich kann irgendwie nicht gerade auf der Karte erkennen, wo wir langfahren können und wo es nicht geht. Aber hier muss man ja auch irgendwie runterkommen. Ich hab keine Ahnung. Oh, was haben wir denn da? Na gut, mit den Dingern geht das relativ schnell, weil diese Atelierfahrzeuge echt schlecht gepanzert sind. Was haben wir eigentlich noch in Reserve? Ich hab nur so wenig von diesen Panzern. Schade, muss mal welche neue kaufen. Wow, was ist das denn gewesen? Natürlich, ey. Bist du mich verarschen, hast du Spezialfähigkeiten? Ja, genau, Angrosschubs. Das war ja echt... Eine Salbe und mein Panzer ist sofort kaputt gewesen. Ich muss eigentlich noch mehr von denen hier. Ey, das kann nicht sein, dass ich hier nirgends wo meine Panzer mal runterschießen ziehen kann. Also die V-Wings machen echt Schaden, da kann man echt nicht... ...meckern. Und meine... Wie heißt denn, lieber nochmal? Kirovs treffen echt nicht gut, finde ich. Da haben wir schon mal eine Mine. Wie viele der an V-Wings hier hat, ne? Das glaubt mir echt keiner. Na, ihr guckt gerade zu, aber trotzdem. Das ist echt übel gerade. Naja, ich glaub, es hat sich ein bisschen beruhigt gerade mit den ganzen V-Wings. So, stellen wir mal die Minen. Oder diese Mine hier. Hier ist noch eine. Achso, jetzt sehe ich die auf der Karte. Hier sind noch welche und da. Aber er hatte sehr viele Minen hier, das weiß ich. Ich frage mich gerade, wo die ganzen Turbolazer-Türbel sitzen. Haben wir noch keinen gesehen. Ich frage mal Minen-Schrotten. Ich guck mal gerade. Vielleicht sitzen ja hier vorne beim Senat-Tonen-Gebäude. Äh, unser Bombardement ist auch mal einsatzbereit. Hier war noch nichts zu sehen von, äh, Turbolazer-Türmen. Ah, hier ist das. Seht ihr das aus den Nat-Gebäuden? Da soll ich es halt darstellen. Hier geht's noch lang. Ich frage mich gerade echt, wo die letzten Minen sitzen sollen. Ja, ich möchte ja nicht mal alle Einheiten haben. Ja, sammelt euch mal kurz hier und dann schicke ich mal diese kleinen Panzer vor zum Ausspähen. Ich habe schon, ich wollte unbedingt mal diese... Achso, hier unten. Hä, wie kommt man denn da runter? Ich wollte ja unbedingt mal diese, ähm, diese Kanonenteile, also diese Gunships, oder halt diese Flugzeuge einfach für den Boden, ne, bauen. Die kennen wir ja schon aus dem Gefechtskommentar, wie ihr es euch angesehen habt. Und ja, die fand ich ganz nett eigentlich. Das macht aber nicht viel Schaden, das Teil zumindest nicht einzeln. Irgendwo ziehe ich da mal. Okay, er hat keinen Bock. Oh, kommt, dann kommt er immer hier runter. Das ist ja übrigens, oh, das ist der Generator. Kann ich denn von hier auf angreifen? Gut, wenn er mich gleich verstört ist, dann können wir uns ja die Totblasertürme nicht wahrnehmen. Das finde ich gut, das können wir einfach mal hier hin spazieren. Hier wollt ihr rum, dann hier. Alter, was ist das für ein Weg? Da haben wir nämlich die Totblasertürme, alles klar. Dass die erst zu spät kamen, hier waren Bevölkerung. Oh, hier waren zwei Stück. Also, diese Stadt ist echt verwinkelt, ne, wie nichts. Also, naja, was soll man dazu sagen? Mit Panzern ist man hier echt schlecht bedient. Äh, was ist das denn? Ach, das ist im Bunker, soll das sein, okay. Ach, wisst ihr was? Geht mal da weg. Hallo, ihr sollt da weggehen. Das sind neutraler Torbo, da ist halt schon immer okay. Das hat nicht mal gereicht dafür. Wer hat denn jetzt die Mine da links zerstört? Keine Ahnung. Aller tot? So, dann müssen wir jetzt hier noch die... Na, hier ist keine Mine mehr. Okay. Da kommt man nicht hin. Hier noch was gewesen? Aber wie kommt ihr denn da hin? Boah, ist das eine Schnitzeljagd, ne? Also, Achso, man, wäre auch von hier aus da hingekommen. Ja, man kann leider kaum was erkennen mit diesem ganzen scheiß, äh, Türmen. Hä, wo kam das Teil dann her? Wo ist denn jetzt hier noch was? Wo ist denn jetzt hier noch was? Eins, warte, wir haben jetzt schon... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mine. Ich glaube, der hat ja sieben Mine. Irgendwo muss noch einer sein. Alter, wo ist denn die letzte Drecksmine? Ich war nicht damit gedacht, dass sie hier ist. Ist sie nicht da? Nee, hier ist sie nicht. Wo ist denn die letzte Mine, bitte? Tobel, der ist ja, Türmen habe ich ja alle ausgeschaltet, ne? Da könnt ihr auch hin. Leute, ihr könnt über hier rüberfahren. Das ist ja lustig. Hier vielleicht was? Da kommt ihr nicht hin. Ach, ich muss mir echt diese Dinger holen. Wisst ihr, ich speichere jetzt und dann mache ich auf automatisch. Ähm, da. Weil, wo soll denn die letzte Mine bitte sein? Wo war bitte die letzte Mine? Ach genau, ich habe Mega-Master-Panzer verloren, ist klar. Oh, wir haben wenigstens eine Kaserne bekommen. Ah, sehe ich gar nicht, schade. Ja, ne, dann dürfen wir uns jetzt hier bereit machen. Ich will mal sagen, drei Minen kommen hier hin. Tobelazer-Türme, Fabriken. So, dann warten wir erstmal ab. Ihr könnt euch mal verziehen. Wie sieht es hier oben aus? Das war, glaube ich, ein Venato-Kreuzer, ne? Ja. Komisch, dass das Imperium mich nicht mehr großartig angreift. Ich kann leider nicht sehen, wo die Mine war. Naja, gut. Ist dann halt so. Piep, piep. Oh Gott, hier war dieser. Der hat ja echt. Kein Wunder, dass er so viel Geld hat. Okay, hier hat er alles voll mit Kaserne. Und der hat ja über... Auf diesen großen Planeten halt... Oh ja. Hat die so mit den vielen Bauplätzen. Der hat echt alles voll mit Minen geklatscht. So, jetzt ist der Boden... Was? Gegnerische Flotte, Nordrhein-Karossand? Na ja, eigentlich... Gut, da komm, komm, machen wir das noch. Das ist keine wirklich starke Flotte. Dein Schlauchstöfter bei... Ah, das sind meine ganzen Helden draußen, ne? Aber wir können uns ja diese Upgrade jetzt wieder kaufen, ne? Wow, wir können uns mal ein paar Aufrüstungen kaufen. Uh, was ist das denn hier? Wo, ein bisschen Lander im Orbit. Ich fahr mal kurz auf die zusätzliche Verstärkung, meine ich. So, machen wir das mal so. Vorrücken. So, du darfst auch mal mit nach vorne. Aber vorne habe ich ein bisschen Angst. Mehr kriegen wir nicht. Ganz schön geizig, ey. Ist das was normaler, ne? Ja, gut. Ah, ich verstehe schon, das ist Imperium, der Plan von Imperium. Weißt du, haben sich jetzt gedacht? Ah, Khorosand wurde gerade eingenommen vor der Hand des Imperium. Ja, und dann nutze ich mal schnell. Aus und greife selber Khorosand an. Du sollst doch nicht in das Asteroidenfeld fliegen, du sollst zum Angriff fliegen. Oh, der Renato ist schon zerstört, das finde ich cool. Oh, drehe mal ein bisschen ab, du bekommst ordentlich drauf. Auf die Schnauze meine ich. Oh, 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 drehe mal ab. Die schießen dann auf den, das finde ich nicht nett. Oh, 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 ich werde nicht verlieren. Na gut, die haben alle keine Schilde jetzt mehr, äh, zumindest kaum noch Geschütze. Alter. Lass doch meinen lieben Commander Stand in Ruhe. Bleib doch nicht stehen! Was machst du? Beweg dich! Was ist das für ein Idiot, ey? Ja, du bist so ein Idiot! Bleib da einfach stehen! Ich darf auch hier nicht denken, dass er mir meinen... meinen Helden getötet. Oh, hier fliehen ein paar Teil Interceptor rum. Komm, wiegt mal den Arsch darüber, dann kannst du den ganzen Teil Interceptor opfern. Na gut, der kann eh nicht mehr fliehen. Der Gegner wurde besiegt. Sagt das was? Gut, Leute, dann beende ich jetzt hier nach dem Part. Und dann... Boah, hab ich echt... Jäger verloren. Naja, gut, okay. Ja, im PRM, ne? Ah, hat er schon wieder Vice-Counts gekriegt, ne? Ich glaube nicht. Kurz gucken, ist hier oben Vice-Count. Einen Executor. Fahrzeug wird produziert. Na gut. Ja, genau hier. Wirtschaft. Keine Ahnung, warum ich immer wenigstens Geld habe. Okay, ich gebe mein Geld dann da und aus. Kauf neue Schiffe und so weiter. Na gut, Leute, dann beende ich jetzt den Part. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und dann werden wir, glaube ich, die Executor angreifen, damit ihr mir keinen Ärger macht. Und ja, Leute, dann war ich mich hier und ich sage euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.